Da rein. Komm rein. Danke. Tresley. So. Da. Da. Aufgabe. Was haben wir denn da? Was ist das? We're need for glasses for new for the newspaper. Sorry for the trouble. Nee. Floor, we can't leave. Please. Mmh. Two water tanks. Four glasses. Kann ich doch gar nicht machen. Alles hier. Items. Das sind so die Items. Stone furnace. Okay. Äh. Dann brauche ich bestimmt irgendwie Sand oder sowas. Und dann brauche ich vorhin eine Schaufel und irgendwie sowas. Das ist auch einig. Fängt doch schon mal gut an. Apartments. Ja. Genau. Fängt gut an. Wir brauchen auf jeden Fall immer noch Hartholz für die Brücke und so. Hey. Level 3. Cool. Gut. Gut. Können wir noch mal einen Skillpunkt spenden hier. Nochmal. Haben die nämlich noch mal ein bisschen Stamina. Wood plant fiber. Oh, ein Stein. Den nehme ich noch mal mit. Ich muss gleich noch mal gucken, wie das da mit dem Dings funktioniert. Infernaise. Was wir für Glas brauchen. Kann ich das nämlich vielleicht noch annehmen hier. Copper. Glass. Sand. Vom. Hasardus. Ruins. Okay. Mir ist mal. Re-Fuel. Ah. Okay. Copper. Craften. Okay. Da muss ich immer ein neues Holz sammeln. So. Wo sind. Paulsia. Da hinten. Da oben sind die Hasardus. Ruins. Kommen wir da aber hin? Die Frage. Kommen wir da hin? Ich glaube nicht, ne? Ah. Ah. Sollen wir mal gucken. Gehen wir mal in die Richtung und gucken wir mal. Unterwegs. Holz. Kräuter. Holz. Vielleicht finden wir hier auch noch den Rest für die Angel. Zack. Oh, komm. Wum. Wum. Auf jeden Fall. Na. Zack. Da auch noch. Ah. Kommt da noch was tolles raus. Huch. Plant Fiber. Hihihi. Na. Na. What an Treesap. Sehr schön. Gehen wir mal gucken. Hier. Ob wir da noch. Ah. Da vorne hinkommen. Llama. Oh. Llama. Ah. Cool. Weed Seed. Weed Seed. Aber für irgendwas werden wir das bestimmt auch noch brauchen. Hullo. Lama. Ui. Komm wieder hin. Das sieht bestimmt so aus als wenn wir da hinkommen. Was ist das? Ist das Hartholz? Warum kenne ich nicht? Na? Na, nur normales Holz. Schade. Oh, was ist das? Bärn? Bärn. Snackberry. Need a better pickaxe. Wow. Und den? Ah, den krieg ich. Das ist gut. Ih, ich hab gleich keine Ausdauer mehr. Krieg ich da durch die Snackberrys. Ne, 10 HP, 10 HP. Plant Fiber. Plant Fiber. Oh, ich will da hin. Wieso komm ich da nicht hin? Hier komm ich hin? Nein. Kaputt. Wow. Komm ich nicht hin, ist kaputt. Komm ich nicht hin, ist kaputt. Komm ich nicht hin, ist kaputt. Komm ich nicht hin, ist das Schatz, oder will ich hin? Wow. Weeeee. Hier? Oha. Das geht aber tief runter. Zack. Schön durch den Regen spazieren hier. Hm. Ist nicht schön. Huch. Was ist denn für einer? Papa Bär. Papa Bär. Cool. Papa Bär. Da kann man angeln, denke ich mal, so wie das aussieht. Kann ich auch schwimmen? Nein. Ich kann nicht schwimmen. Okay. Man kann nicht schwimmen. Toll. Snail. Snail. Was? Snailob. Cool. Ob ich das von den Lamas kriege, was ich für die Angel brauche? Mal gucken. Krieg ich so ein Ding auch mit der Axt kaputt? Bestimmt, ne? Mal gucken, dass wir hier irgendwie ... Level 3 ... so einen schwachen Lama finden. Nehmen wir mal den. Na? Na? Komm. Oh, nicht genug Star ... Oh ja, das habe ich mir jetzt fast gedacht, ja. Böse, böse Musik. Super. Keine Star-Mina. Hat sich das schon mal erledigt. Ich habe nicht mehr Star-Mina nicht mehr auszuhalten, zum Sammeln. Boah, es geht ab. Das ist ja Action. Okay, dann müssen wir jetzt doch erstmal ins Bett gehen. Körperbar. So, guck mal. Zack, 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 zack. Zack, zack. Ah, ne, den brauchen wir nochmal. Zack, zack. Das brauchen wir auch nochmal. Zack. 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 Von Kicking Trees. Aha. Okay. Wild Cocoon. Kicking Trees. Das heißt, wir müssen Bäume treten. Das ist schon mal gut zu wissen. Kann ich denn hier wenigstens heil machen? Ja. Plululing. Fix it up. Needs in ... Ah. All the gaps have been fixed. We're finally going to have a good night. Yeah. Das haben wir schon mal gemacht. Go to sleep. Ja. Sehr schön. Da fängt das schon mal gut an hier. Hallo. Okay, das heißt, wir müssen Bäume treten. Um das für die Angel zu bekommen. Zack. Wut. Wie Wut haben wir eigentlich? Zehn, zwölf. Okay. Rrrr. Kick. Gummifrucht. Aha. Da gibt's Gummifrüchte. Ah. Ich will Wai Kou Kuhn haben. Gib mir. Ah. Wut. Wut. gummifrüchte wenn ich dich auch treten nein und ich kann nicht treten da ja kuckuck und ich und ich bin was level ab cool hier schon noch mal sehr schön und da fällt noch mehr runter und ich wachse okay und ist mal ein bisschen stamina hier sehr cool da könnten wir doch jetzt rein theoretisch eigentlich die angel fertig machen oder nicht okay da wir haben ihn eine angel gebaut in kiva 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 auch keine ahnung hier hinten da läuft er und dann habe ich auch noch 20 hier ich dinge gekriegt okay ich müsste es heute mal gucken wo wir was das tun bist du für eine hausse da noch mal reingehen und gucken ob da vielleicht noch mal was ist was wir hinkriegen etwas in unserer kragenweite so hallo haben wir hier woastet meats äh feuer copper pipes kann ich auch nicht machen zwei watertons kann ich nicht machen was soll denn das was kann ich alles nicht machen gibt es doch nicht aber doch ich komme ja nicht da rein da oben wir hier das heißt wir müssen uns jetzt erstmal irgendwie anders da komme ich nicht hin er hat probiert ich würde nur church of light da hinkommen tree farm gehen wir mal hoch zur tree farm hier gibt es da ja bäume die wir da pflanzen fällen können also um ist die kirche zack da können wir ja eh nie rein wie denn hier oben dahin ist die tree farm kann ich heute springen passiert da gar nichts okay kein fall schon ja wir müssen heute sammeln zwischendurch wir haben ja nicht mehr so viel apfel kann ich treten ich finde apfel haben kick kick kommt runter ihr blöden äpfel schade portia tree farm das korrekt er der menschen dies kann begleiten mann ja toll schau dich das ist ja nicht schön ich muss jetzt irgendwie gucken wie ich an hartholz komme ich weiß ja noch nicht weiß ich nicht wie ich an hartholz kommen jetzt wahrscheinlich müssen erst mal paar aufgaben erledigen und dann kommt das von ganz alleine wahrscheinlich nachher boy one et k VISIT den kleinen ideen krieg ich marble und stone kopf gebt mir kopf war das noch mal kopf war mein einziges kopf habe ja bisher herausgehauen für eine blöde ange und bronze pickaxe schön verkaufen warum können wir das doch bestimmt verkaufen bestimmt bisschen kohle ein ja noch mal kopf war zweimal sogar den kann ich auch kaputt machen dafür war wieder eine bessere pickaxe das ist klar das qq ist qq hallo hallo mensch hier ist aber was los in portia nps jack park ob sie auch irgendwelche events gibt zwischendurch so das kann ich also verkaufen hier 24 kauf ich das auch noch mal naja das ist ja nichts das auch nicht das auch nicht ok immerhin habe ich jetzt schon mal geld so dass ich jetzt für eine woche bisschen fahren kann so die frage ist jetzt wie lange zählt das jetzt wirklich von dem dienstag bis dienstag oder nur von dienstag bis sonntag jetzt quasi natürlich doof mal gucken ja so abandert willings its bottom of the temple tower ok aim we see that's a position you want to take click lmbe attack to take press a key scan ok 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 da ist es ah stone egg glass ok noch was da muss ich wahrscheinlich wirklich boing boing sand hm jetzt krieg ich sand oder was ha doing 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 cool doing doing hey das gefällt mir geil old parts gibt es hier noch was da boing 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 jetzt könnt ihr auch glas machen das ist die version aber bestimmt nicht mehr da power stone erstmal gucken hier ein bisschen ping boing wo ist hier viel hier ding sand komm schon komm schon darf ich noch hin da komme ich wahrscheinlich nicht mehr hin 8 ach doch power stone so jetzt habe ich auch keine energie mehr hier muss ich immer wieder raus jetzt können wir erstmal wieder ins bett gehen aber ich habe kupfer gefunden das ist schon mal gut das brauchen wir ja das kupfer aber hier ist cool exit cool also das gefällt mir das zu meine das muss ich schon sagen das muss ich schon sagen nicht das